Polizeiberichte Berlin 28. Januar 2023 Wenn du keine Polizeiberichte oder wichtige Meldungen der Polizei Berlin verpassen willst, abonniere unseren Kanal. Bericht, Jugendliche in Restaurant überfallen Nummer 0136 Ein Essen in einem Restaurant in Prenzlauer Berg endete gestern Abend für einen Jugendlichen mit einem Überfall durch zwei junge Männer und eine Frau. Nach Aussage des 17-Jährigen hatte er zunächst gemeinsam mit einer Begleiterin in dem Restaurant in der Kollwitzstraße gegessen. Nachdem sie bereits gezahlt hatten, war er gegen 18.30 Uhr auf die Toilette im Untergeschoss gegangen. Zwei junge Männer, die zuvor am Nebentisch gesessen haben sollen, waren ihm gefolgt, sollen ihn in die Toilettenräume gezerrt und dort auf den am Boden liegenden Jugendlichen eingetreten und eingeschlagen haben. Der 17-Jährige gab an, dass er kurzzeitig das Bewusstsein verloren habe. Die Männer sollen ein Messer und einen Teleskopschlagstock in den Händen gehalten haben. Während der Tat soll die Begleiterin der beiden Täter vor den Toilettenräumen gestanden und die Tat abgesichert haben. Mit dem Rucksack des Jugendlichen flüchtete das Trio anschließend. Der beraubte erlitt diverse Gesichtsfrakturen und stand sichtlich unter dem Eindruck der Tat. Er musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Ermittlungen wegen schweren Raubes führt die Kriminalpolizei der Direktion 1, Nord. Bericht Fahrzeuge einer Sicherheitsfirma in Brand gesetzt In der Köpenicker Straße in Mitte wurden heute früh zwei Fahrzeuge in Brand gesetzt. Polizeikräfte befanden sich gegen 5.30 Uhr in der Adalbertstraße, als sie plötzlich einen lauten Knall hörten und wenig später die beiden brennenden Pkw entdeckten. Die Polizeikräfte alarmierten die Feuerwehr und begannen mit ersten Löschmaßnahmen. Die Feuerwehr löschte die Brände anschließend vollständig. An den Fahrzeugen waren die Seitenscheiben eingeschlagen und im Innenraum konnte abgebrannte Pyrotechnik gefunden werden. Derzeit wird ein politischer Hintergrund angenommen, der polizeiliche Staatsschutz ermittelt. Bericht Vor einer Bar fremdenfeindlich beleidigt und geschlagen Nummer 0138 In der vergangenen Nacht wurden Gäste einer Bar in Reinickendorf aus einer Gruppe von etwa 10 bis 15 Personen heraus fremdenfeindlich beleidigt und anschließend geschlagen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge verließen die acht französischen Staatsbürger gegen 0.30 Uhr eine Bar am Ritterlandweg und unterhielten sich in ihrer Landessprache. Dies soll der Anlass für eine vor der Bar befindliche Gruppe gewesen sein, die ehemaligen Gäste zu beleidigen. Bei dem anschließenden Gerange schlug einer der Täter einem 22-Jährigen mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Ebenfalls aus der Tätergruppe heraus wurden dessen gleichaltriger Begleiter sowie eine 35-jährige Frau geschlagen. Die Täter konnten vor Eintreffen der alarmierten Polizistinnen und Polizisten unerkannt flüchten. Die drei Leichtverletzten mussten vor Ort ambulant behandelt werden. Ein Fachkommissariat des polizeilichen Staatsschutzes führt nun die weiteren Ermittlungen zum genauen Geschehensablauf und den Hintergründen der Tat. Bericht Schmierereien an Kirchenfassade Nummer 0139 In Wilmersdorf nahmen Polizeikräfte in der vergangenen Nacht einen alkoholisierten Jugendlichen fest, der in dringendem Verdacht steht, zuvor eine Sachbeschädigung an einem Kirchengebäude begangen zu haben. Eine Zeugin hatte die Polizei gegen Mitternacht zum Bergheimer Platz alarmiert, nachdem sie zwei Personen an der Kirche bemerkt hatte, von denen eine Person etwas mit roter Farbe an die Kirche sprühte. Beide Personen flüchteten mit einem Elektroroller, die Einsatzkräfte folgten ihnen. In Höhe Taunusstraße Stubenrauchstraße holten die Polizeikräfte die flüchtenden Jugendlichen ein und forderten sie auf, anzuhalten. Diese fuhren stattdessen auf den Gehweg, stiegen vom Roller und flüchteten zu Fuß. Die Einsatzkräfte rannten hinterher und nahmen einen von ihnen, einen 17-Jährigen, vorläufig fest. Bei dem Jugendlichen, bei dem es sich laut Zeugen um denjenigen handeln soll, der gesprüht hatte, fanden die Polizeikräfte eine Sprühdose mit roter Farbe sowie Handschuhe, an denen rote Farbe haftete. Der 17-Jährige stritt die Vorwürfe ab. Eine freiwillig gestattete Atemalkoholmessung ergab einen Wert von rund 1,5 Promille bei dem Jugendlichen. Er wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen von seiner Mutter abgeholt. Die Ermittlungen dauern an. Bericht, Brandstiftung an Fahrzeug Nummer 0140 Zu einer Brandstiftung in Schöneberg hat der polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt die Ermittlungen übernommen. Bereits gestern früh gegen 3.10 Uhr hatte ein Anwohner der Starnberger Straße Feuerwehr und Polizei verständigt, nachdem er zwei brennende Fahrzeuge bemerkt hatte. Kräfte der Feuerwehr löschten die Flammen an dem BMW und dem Opel. Derzeit wird davon ausgegangen, dass der BMW, bei dem es sich um ein Fahrzeug eines Mitarbeitenden der italienischen Botschaft handelt, in Brand gesetzt worden war und die Flammen dann auf den Opel übergegriffen hatten. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen dauern an. Bericht, Mopedfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt. Nummer 0141 Schwere Verletzungen, die in einem Krankenhaus stationär behandelt werden müssen, erlitt ein Mopedfahrer bei einem Verkehrsunfall gestern Abend in Niederschönhausen. Ein 64-jähriger Autofahrer fuhr derzeitigen Erkenntnissen zufolge gegen 21 Uhr auf der Straße vor Schönholz in Richtung Germanenstraße, um kurz darauf nach links in die Provinzstraße abzubiegen. Hierbei erfasste der VW-Fahrer den entgegenkommenden 37-jährigen Mopedfahrer, der nach rechts in die Provinzstraße abbiegen wollte. Bei dem Verkehrsunfall erlitt der 37-Jährige einen Bruch des linken Unterschenkels und kam mit Rettungskräften der Berliner Feuerwehr ins Krankenhaus. Die Ermittlungen zum Unfallhergang führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1, Nord. Bericht, nach Verkehrsunfallflucht, Fahrer stellt sich auf Polizeiabschnitt. Nummer 0142 Nach einer begangenen Verkehrsunfallflucht in der vergangenen Nacht in Französisch-Buchholz, stellte sich der mutmaßliche Fahrer des Unfallwagens heute auf einem Polizeiabschnitt. Zeugenaussagen zufolge ereignete sich der Verkehrsunfall gegen 0.15 Uhr in der Bahnhofstraße. Der Fahrer eines Renault soll demnach auf der Bahnhofstraße in Richtung Pasewalkerstraße unterwegs gewesen sein und unmittelbar nach dem Passieren des Kreuzungsbereichs Bahnhofstraße Ecke Blankenburger weg von der Fahrbahn abgekommen sein. In der weiteren Folge geriet das Fahrzeug auf den Gehweg, stieß gegen ein Verkehrsschild und durchbrach den Grundstückszaun zu dem Vorgarten eines Einfamilienhauses. Der Fahrer soll zunächst zweimal versucht haben, mit seinem Pkw rückwärts zurückzusetzen, entfernte sich kurz darauf jedoch zu Fuß vom Unfallort. Anwohnende wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 13 ließen nach der Unfall- und Zeugenaufnahme den Renault abschleppen. Der mutmaßliche Fahrer im Alter von 42 Jahren stellte sich heute auf dem Polizeiabschnitt. Er muss sich nun wegen des Verdachts der Unfallflucht verantworten. Die Ermittlungen Hierzu führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1, Nord. Bericht Frau mit Messer attackiert Nummer 0143 Ein noch unbekannter Mann hat heute Mittag eine Frau in Neukölln mit einem Messer attackiert und schwer verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der Unbekannte die 26-Jährige vor einem Wohnhaus in der Schierkerstraße gegen 12.15 Uhr angegriffen und mit mehreren Stichen verletzt haben. Der Täter flüchtete anschließend. Zeuginnen und Zeugen alarmierten umgehend Feuerwehr und Polizei. Eine Notärztin versorgte die Verletzte, die wenig später in ein Krankenhaus gebracht wurde und dort notoperiert werden musste. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat sowie dem flüchtigen Täter dauern an.